Keine Ahnung warum? Was ist das für ein System? Es ist im ganzen Zug so. Es gibt es ja nicht. Es ist im ganzen Zug so. Ja, was heißt das denn? Da war es 30 Tage. Das Datum, als sagt das Versehen. Das Datum von vor 20 Jahren. Ja, es ist halt am Winter Zeit. Das letzte Stück bis zu unserem Ziel. Ja. Was? Ja. Was? Das ist ein Bierbaum. Was? Das ist ein Bierbaum. Moosbierbaum, heiligen euch. Moosbierbaum, heiligen euch. So einen langen Arm. Das Haus noch mit gut entsteht. Ist die Teppertät? Ja. 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 So Knopf am Arsch gegen einen Offen in den Rucksack zu haben ist ganz schlecht. So Knopf am Arsch gegen einen Offen in den Rucksack zu haben ist nicht gut. Vielleicht hast du nicht richtig. Oh, die Strecke hat ja oft durchgefüllt. Ja, wir haben ein leichtes Verspeter drinnen. Ganz unbedeutend. Ein leichtes Verspeter. Ja. Ah gut, dass man da keine lästigen Tunus hat, die man nicht sieht. Ja, vor allem die Fenster sind ja voll abgehoben, weil es so schön aussieht. Ja, schön groß. Aber die Krümmung da ist ja eindeutig. Ja, das ist ja ein Notfall. So haben wir im Notfall das Fenster einschlagen. Nur wenn man sieht, dass die Elektronik ausfällt, dann geht ja nichts auf. Ja, aber wenn alles in Ordnung ist, gibt es keinen Grund dazu. Das wäre dann eine Sachbeschädigung. Ja. 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 Ja, ich hab da drüben einen Gleis mit, ich war Güterwagons gesehen, aber es ging zu schnell. Wenn ich Güterwagons sehe, dann gehe ich immer schnell. Ja. Ja, Feuermelder. Ja, Feuerlöschen. Ja. Das ist eine lästige Lärmschutzwand. Wo? Na, diese Wand da. Ja, siehst du da. Na, wegen den Anwohnern, die empfindlich sind, wegen dem Zuglärm. Ja, bitte, du musst doch mal in den Wohlen, aber ich glaube, ich scheppern kann es nicht. Ja. Das ist logisch. 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 Ja. Ja. So, hier ist der Bahnsteig. Braucht gleich nur noch die Tür öffnen. Ich will das machen. Ich, ich will. Ja, nee. Warte, bis es geht. Ja, da kann man dann drauf drücken. Geh dir von Silber auf. Ja.